es ist zu diesem neuen video es ist gerade 26 und sieht das ist gerade der 30 leute herzlich willkommen zu diesem neuen video heute auf den neuen track von takumi und shogin und akai hat sich akai keine ahnung ich bin mir noch nicht sicher ob akai bei shiroshi records ist ich habe keine ahnung ich habe es gerade ehrlich gesagt nicht im kopf kurze sache vorab wollte ich mich ein bisschen verkrackt anhören sollte ich bin noch ein bisschen angeschlagen sage ich lieber voraus ich bin noch ein bisschen ich bin noch ein bisschen durch mit dem thema ist dann diese kopfschmerzen aber das sollte mich jetzt nicht davon abhalten mir den neuen banger zu geben zwei minuten 45 geht das ganze ding ich würde sagen wir da aber nicht lange starten direkt rein und gib ihn aus das verstehe ich nicht so ganz du kannst du hast du hast mich vergessen deshalb halte ich das ganz ich brauch diese distanz kannst du nicht vergessen ich brauch diese distanz keiner einstieg also ich weiß ich bin jetzt gerade nicht ob das die hook ist oder der paar aber es klingt schon sehr sehr geil es müsste akai sein weil die stimme kommt nicht bekannt vor als es müsste akai sein ich muss ehrlich sagen der einstieg aus das ist nicht so ganz du kannst du hast du hast mich vergessen deshalb halte ich das ganz ich brauch diese distanz kannst du kannst du kannst du kannst du hast du hast du hast du hast ich88 ich muss kurz den stimmunterschied achten Okay, Schaugen kommt auch sehr, sehr pervers zum Beat, ey, ey, wo findet ihr aber diese Beats, Bruder, sag mal, ey, was macht ihr denn mit diesen Beats, Bruder, ihr nehmt die komplett auseinander, was das, ey, da kann keiner mithalten, was das, bitte, sag mal, Ey, was ist das für ein kröner Einstieg, PC? Ey, was ist das für ein geiler Einstieg, PC? Ey, Respekt, jetzt schon, Respekt, geil gemacht, Alter, die Einstiege sind abnormal, geil. Ich kann es doch, du hast mich leider nur verarscht, irgendwann alles vorbei und jedem fehlt, was du so sagst, so ein ganz egal, was noch passieren mag, ich bleib bei dir, weil ich dich nicht verlieren mag, damals wichtig gewesen, doch du hast mich verlassen. Hallo. Ey, ich muss ehrlich sagen, der Beat kommt sehr, sehr geil, das hat so, gibt mir so ein bisschen so Rock-Rap-Vibe, aber das klingt geil. Ey, diese Beat-Art ist geil. Und die drei kommt echt krank gut auf diesen Beat-Degger, no joke. Ey, da geht dick Respekt raus, Alter. Junge, 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 was habt ihr mit dem Ding schon wieder gemacht, Alter? Den ganzen Beat gebumst schon wieder. Der hat alles auseinandergenommen. Geil, der ja, wirklich, geil. Ey, da kann man auch nichts sagen, Alter, was willst du denn dagegen sagen, Bruder? Bitte? Ey, no joke, hört euch das Ding. Streamt das Ding hoch und runter. Und dann, ö ö. Leute, was soll man bitte noch sagen, ab und mal ein geiles Ding, äh, die drei Stunden, sehr geile Tag, die Show mit Nakaya, sehr geil. Checkt den Song auf jeden Fall ab, ich packe euch den Link unten in die Videobeschreibung. Und, ja, würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Wir sehen uns dann entweder bei der nächsten Reaction oder was auch immer ich dann zocke. Und dann würde ich sagen, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bis dann. Tschüssi. Tschüssi. Tschüssi.